Hallo, wir kennen uns noch gar nicht. Oh, hallo. Ich bin Lenora. Verzeih mir, wenn ich gerade etwas abgelenkt wirke. Alle halten mich für durchgeknallt. Samantha denkt, ich sei verrückt. Aber das liegt an diesem Bild. Ich hab es noch nie bemerkt. So wie ich Hogwarts kenne, taucht ein leerer Rahmen nicht ohne Grund auf. Da steckt mehr dahinter. Hast du inzwischen etwas über das Gemälde herausgefunden? Ich habe herausgefunden, dass Lumos einen Effekt hat. Aber wie soll ich weiter vorgehen? Gibt es in der Schule noch mehr leere Gemälde? Ja, ein paar. Dieser ganze Ort ist ein Rätsel, um ehrlich zu sein. Wenn ich dieses Rätsel lösen kann, kann ich auch die anderen schaffen. Also fange ich einfach hier an. Ich sehe mich um, wenn ich Zeit habe. Könnte interessant sein. Ich hab mir lange genug das Hirn zermatert. Ich hoffe, du hast mehr Glück als ich. Komm bitte zu mir, falls du über etwas Erhellendes bezüglich des Rätselstorfs... Das muss ein Hinweis sein. Ich sollte schauen, ob es in der Nähe ist. Das sieht aus wie der Ort auf dem Gemälde. Was ist so besonders daran? Zurück in den Rahmen mit dir, kleine Motte. Ich sollte Lenora sagen, dass ich das Rätsel gelöst habe. Na, ich bin davon aufgewacht. Lenora? Ich habe das Rätsel des Bildes gelöst. Ich habe den Ort auf dem Bild gefunden und mit Lumos eine Motte zum Rahmen gelenkt. Alles sehr logisch, ja. Schade. Ich war so nah dran, es zu lösen. Du hast ein Händchen für Rätsel. Nati ist auch gut darin. Amit auch. Obwohl er sie zu ausführlich erklärt. Ich bin froh, dass es gelöst ist. Die Motte. Wie habe ich das übersehen? Deskumen des G пол Pennes ? Wie haben wir das übersehen? Wie haben wir das bei YouTubeто? Dann ist ja weg. Du hast es gesehen, dass du es siegst. LUMOS LUMOS Lassen Sie unsere Musik folgen LUMOS 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 L Mitte LUMOS Untertitelung des ZDF für funk, 2017 LUMOS 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 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Lumos Du warst fantastisch bei den gekreuzten Stäben Du warst fantastisch bei den Städten 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 Musik Lumos 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 Lum 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 Lumos Luml Lumos. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Alhomora Lumos 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 Unglaublich, dass du Ferdinand fließt in die Zeit. Lumos. Alohomora. Lumos. Dehendo! 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 Das war's für heute. Lumos Wie schön, wieder in den drei Besen zu sein. Oh, ich kann das Butterbier beinahe schmecken. Lumos 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 Was ist das? Ich finde, es wird nicht genug mit der Vergangenheit nachgedacht. Die Welt lernt aus ihren Fehlern. 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 Lumos wait... ok... what... Was ist das? 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 Was ist das?